herzlich willkommen zu einer weiteren folge transport fieber 2 auf meinem kanal so in der letzten folgen habe ich ja ein bisschen viel straßengüterverkehr gemacht jetzt mache ich heute mal ein bisschen was anderes zuerst habe ich festgestellt erklärt noch gar keine keine buslinie wie den bahnhof mit der stadt verbindet so da fange ich gleich mal an hier ist schon mal schöne lange brücke oder werde ich eine andere nehmen werde ich hier verlängern das so hinein fühlen und kann der bus dann nachher so hinüber ohne auf der anderen seite an den schranken warten zu ein bisschen so recht damit das ist eine landstraße na arbeiten bisschen das machen wir kurz genau halt da habe ich gleich eine brücke hin machen nehmen wir irgendwas flaches ja und bis hier in der aufschüttung das ganze ein bisschen ebene ein Stück glück können wir noch hey so ich soll hier keinen hänger hier in der mitte haben so geht das nicht das ist aber knapp am gleis hier aber es geht noch es zieht sich nur auseinander mal eine andere brücke probieren was war denn da noch hübsches ohne pfeile so was haben wir denn hier oben muss ich mir zwei pfeile drunter bauen ja das wäre kein problem mache ich das mal bleibe ich bei der brücke ich will ja hier um die ecke rum doch ziemlich steil ich mache ein Stückchen gerade aus aufschüttung ich will ja auch wieder aufschütteln gut jetzt müsste ich eigentlich runter kommen einigermaßen vernünftig ja so kann man es lassen eng gut mal sehen dass die straße gleich angenommen wird ein bisschen etwas größer kann es schon sein mal das ganze ein bisschen anpassen hier gut jetzt passt das wunderbar und hier schon ein depot ja das ist eins also noch ein paar busshalte stellen ich sollte ja auch mal aufstellen ja aber ich mache lieber häuschen ja auch immer das ja jetzt mal gucken wie fahren wir denn da hinten hier rein kommen hier ja da wird alles abgedeckt könnte ich hier hoch so so rum hier am dreieck wenden und wieder zurück ja fangen wir mal an gleich mal hier vorne ja so dann haben wir das hier schon mal dann mache ich hier noch haltestelle machen wir hier am ende hier noch mal hier noch mal ach der auto safe deshalb läuft nichts komm schon so hier noch mal eine haltestelle das war's und natürlich am bahnhof da werde ich hier eine kleine haltestelle bauen aus einbahnstraßen so das kennt ihr ja bereits von mir halt falsche richtung soll so rum gehen so einmal das war auch nicht möglich hey 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 nein so ja so und nachläußer hier so die enden schneide ich das gefällt mir nicht ganz so müsste etwas länger sein nochmal weil es so schön war mal gucken mal abschneiden ja jetzt passt das gut so hier und abschneiden wunderbar ist direkt dagegen so dann machen wir nochmal gebäude ist noch an blub das war's so die linie selbst jetzt neue buslinie linie 2 braun ja könnte mir eine andere hübsche farbe nehmen das ist gelb hier so jetzt die haltestellen verbinden lauter lkw linien interessant geht sogar schon eine darüber auch interessant naja so die haben wir bald gleich umbenennen so mal weiter schauen wo war die nächste hier na komm ich glaube hier war noch was war hier was wo ist denn die andere seite warum sind da nur eine noch mal nachhaken so ah moment es geht ja erstmal hier hinten rum so also bis zum amselweg haben wir dann geht es hier weiter ja wohl wunderbar hier auch hier wende haltestelle und dann geht es wieder zurück von den straße straße naja gut amselweg oh da muss ich ähm na eine busspur rein machen jetzt macht er wieder solche blöden wege da so amselweg kirchplatz schlussstraße so das war es schon schauen wir mal muss glaube ich hier sein werkzeug wo war der bus hier war der bus hängt so jetzt schauen wir uns das nochmal an passt wunderbar vier busse denke ich sollten für den anfang reichen kaufen passagiere ach schöne bunte wo habe ich die denn 13 varianten wir können die 26 personen die auch der blaue sieht schön aus hier noch eine bisschen unterhalt haben wir ein bisschen umbenennen ich glaube noch nicht das müsste die linie 2 sein toll so ist es die wir gleich umbenennen so so 2 ja gleich 1 jawohl fertig das war es schon da waren sie schon raus jawohl das sieht nicht schlecht aus das sieht nicht schlecht aus Mannheim nur mein schild hahaha naja was solls RTC gut steigen wir wieder aus lassen wir ihn mal fahren so das hätten wir auch jetzt mal bei den gleisen schauen ich glaube ich habe irgendwo Meter Spur jetzt mal bei den gleisen schauen ich glaube ich habe irgendwo Meter Spur 5,5 Meter Uhr Leitung das sieht mir auch noch französischer aus Schaut schon besser aus hm ja 120 na denn dann lassen wir uns mal überraschen hier habe ich Bahnsteig das ist gut da müsste ich konfigurieren mal sehen wo haben wir denn hier was hm 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 die reisen ah sind wir hier schon Module suchen 1 2 3 1000 1000 1000 ist das nicht wieder französisch das sieht mir schwer denn auch aus das geht noch und das hier ach das ist ohne was hat man die hier ne Quark die 5,5 Meter hm so dann mache ich hier auch gleich nochmal ja die müssen nicht ganz so lang sein die Züge da hoch 3fr und nun die kreise plattform hm was haben wir denn da mal gucken ob ich was ähnliches kriege 380 c 380 c naja so mal gucken so nochmal das Gleis nochmal das Gleis hm wo war die denn mit Oberleitung hm wo war die denn mit Oberleitung wo war es das ja das Gleis muss ich dann auch noch verschwinden lassen oh die Nase jungen so so Entschuldigung ich bin wieder da so ähm oh ja wie machen wir das jetzt hm so so gut dann werde ich mal na konfigurieren plattform das Gebäude lasse ich mal weg zuerst die andere Seite den da und den da dann Bahnsteig gleich was sind die ich glaube das sieht nach dem aus so das reicht ja gut ja es ist irgendwas deutsches noch dann dann wo haben wir das hier manchmal hier ja da drunter auch noch eins so mal gucken wir einen Güterbahnhof hier hin Gebäude Güter den Kopfbahnhof dann werden wir mal ordentlich lang ja bis dahin kann man schon gehen so drehen das wird problematisch ich hau den mal fest gut gleich mal hier ein bisschen ein bisschen hey nicht du den da so hier mach ich erstmal Gleise 20 Meter 20 Meter ja die FL sind das hier glaube ich ja 20 Meter 80 40 40 sind Fahrleitungen dabei nee moment wo waren die die haben auch nichts die haben Fahrleitung hier 40 ohne Mast schaut gut aus so jetzt muss ich wieder 1000 Millimeter finden ja 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 was ist denn machen wir es mal so fertig von also so ich glaube dann bleibt mir nichts anderes übrig So, den Rest muss ich, brrrr, das passt mir ja überhaupt nicht. Erst das eine Gleis fertig machen, dann ins andere gehen. Das heißt... Und dann hier, das jetzt. Jawohl, da habe ich gleich das richtige erwischt. Hier. Ausleger, rechts, links. So, dann wieder nach rechts. Das ist schön wie der Ü. So, hier wieder heulen. Gut, na? Komm. Na, festmachen? Ja. Du, 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 du. Einmal. Zweimal. Na, komm. Hopp. Na, da würde ich hin. Nur da. Und du verschwinkst. Komm. Na. Und ich gehe auf nochmal. Das ist jetzt auch fast genau. Ich passe das ja an. Oh. So. Oh Mann. Hä? Gut, dann ist der wieder da hinten. Dann tun wir das hier nochmal. So. Und andersrum. Passt sogar. Der auch. Und hier. Da muss ich ein bisschen drücken wieder. So. Einmal. Zweimal. Was doppelt. Ja. Hier. Ne Quatsch. Hier hab ich was doppelt. Ja. Wir haben was weg. So. Jetzt droh ich mir. Hier. Okay. Ertragwerk. Viergleisig. Oh. Ja. Das passt hier verdammt super gut. Na fangen wir mal hinten an. weg damit. Der muss weg. weg. Puh. Das ist immer so eine Sache. Da kann man schnell was weghauen was man gar nicht weg haben will. jetzt muss ich wieder alles hübsch anpassen hier. so. Zack. Zack. Ja. Ist ein bisschen langweilig wieder jetzt ne. hier. Mal gucken. Haben wir jetzt vielleicht die richtige Richtung. Jawoll. Gut. Ich hoffe dass das passt. Oh. Ein Vogelschwarm. Was sind wir? Das Ü. Zack. Oh. Der war passend. Fast. So. Nochmal Ü. So. Müssen wir gleich haben. So. Na. Den können wir mal schnell. Den auch. Den auch. Den auch. Und. damit werden wir durch. So. Ey. So. Das passt schon mal. Das ist wunderbar. Jetzt muss ich wieder das richtige Kreis holen. So. Stopp. Nee. Falsch. Hm. Ich mach ihn doch. Falsch. So. Äh. 2,5 Meter. So. Äh. Äh. 2,5 Meter. So. Gut. Schließe ich die Gleise noch an. Richtung Bahnhof. Ist hier kein größeres Problem. Augenblick. Kann sein, dass ich das Signal etwas festsetzen muss. So. Ein 40er Gleis. Habe ich das da auch genommen? Ich glaube ja. 30, 40. 40, 40, 30. Dann haben wir das 20 Meter. Ja. Da muss das Signal weg. Sperr-Signal auf. So, mal zu machen. Wie viel Tempo? Ich glaube 60. Ne, auch 40. Sehr gut. Da kann ich das gleich hier. Gut. Wo sind wir denn? Das sieht schon mal sehr schön aus. Ja, so, gut. 40er-Signal. Das mache ich mal hier vor den ... Das ist dann so eins. Wegpunkt. Na, was sind denn die Schweizer Zwerge? Das mache ich mal leise. Ja, schön suchen. Ja, mit Oberleitung. Na, mal die C drücken. So, mal sehen. Was macht das hier nochmal? Ja. Wunderbar. Wie machen wir das jetzt? Wie schaue das denn aus? Ah, wie machen wir das jetzt? Hier nochmal. Hier nochmal. Ja, da muss ich die Straße dann wahrscheinlich weg machen. Hier im Bahnhebergang irgendwo mit ganz knallharten Bogen hier rum. So, dass ich ein Gleisdreieckchen kriege. Was mache ich noch? Uiuiui. Erstmal die Straße weg. So. Gut. Dann treffen die hier aufeinander. Na? 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 Ist doch nicht. Na also. Geht doch. So. Mal schauen. Was haben wir denn da für einen Hübschen? Uh. Das ist heftig. Nee. 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 Das muss ich nochmal machen. Naja, das Auto ist weg. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Da werde ich den Bahnhof vervollständigen. So. Gut. Na weg. So. Jo. Noch eine DKW draus. So. Gut. Ihr Lieben. Das wäre es dann für heute mal gewesen. Wie es weiter geht, könnt ihr euch ja jetzt ungefähr erst mal vorstellen. Kein Zug. Nichts. Doch. Da. Oh. Zwei sogar im Blockabstand. Komm. Da lassen wir den mal kurz vorbeisausen. So. Das wäre es dann für heute mal wieder gewesen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei war. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht unterkriegen. In diesem Sinne. Euer Didi.